Lass dich von deiner jetzigen Lage nicht abschrecken, eine neue Person zu werden. Sei bereit, mehr zu geben, als du jetzt hast, und mehr zu bekommen, als du jetzt hast. Gib nicht auf, es wird sich am Ende für dich lohnen. Deine Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Wenn du weitermachst, wirst du Resultate sehen, wenn du aufgibst, wirst du nichts sehen. Glück kannst du dir zwingen mit harter Arbeit. Wenn du nicht aufgibst, wirst du eine Chance finden. Wenn nicht du an deinen Träumen arbeitest, wer sonst? Mach dir keine Sorgen über Fehlschläge. Mach dir Sorgen darüber, wie viel Chancen du verpassen kannst, um erfolgreich zu werden. Das Leben hat zwei Regeln. Regel Nummer 1, gib nicht auf. Regel Nummer 2, erinnere dich immer an Regel Nummer 1. Regel Nummer 1